Hallo, in diesem Video zeige ich dir 12 neue Features, die in Contao 4.10 hinzugekommen sind. Fangen wir an und zwar bei Nummer 1, beim optimierten Routing. Wenn du in das Backend von Contao gehst und du bist beim Startpunkt deiner Webseite, dann findest du unter den URL-Einstellungen neue Felder und zwar das Feld URL-Präfix und URL-Suffix. Und hiermit kannst du jetzt ganz bequem vom Backend aus dein URL-Präfix und Suffix definieren und zwar das Ganze frei nach deinen Bedürfnissen. Das Ganze ist so flexibel, dass du auch pro Startpunkt der Webseite einen eigenen Präfix und Suffix angeben kannst. Das heißt, du kannst das Ganze auch bei deiner Mehrsprachigkeit individuell anpassen. Wenn du auch hier genau wissen willst, wie du das konfigurierst, sieh dir mein eigenes Video dazu an. Den Link findest du auch hier unterhalb des Videos. Kommen wir nun zu Punkt 2. Du kannst nun mehrere Mailer-Transports definieren und diese ganz bequem im Backend auswählen. Dazu musst du zunächst in deiner config.yaml die unterschiedlichen Transport-Einstellungen treffen. Das sieht dann so aus, dass du hier unter Framework und Contao-Transports das Ganze definierst. Und wenn du das dann erledigt hast, dann kannst du hier im Backend unter dem Menüpunkt, zum Beispiel hier beim Startpunkt deiner Webseite hier, den entsprechenden Mailer-Transport auswählen. Das Ganze steht dir natürlich auch beim Newsletter oder bei den Formularen zur Verfügung. Das heißt, immer dann, wenn du einen Mailer-Transport konfigurieren kannst, kannst du ab sofort immer unterschiedliche Postfächer und Einstellungen treffen. Wenn du auch hier genau wissen willst, wie du das konfigurierst, sieh dir mein eigenes Video dazu an. Den Link findest du auch hier unterhalb des Videos. Kommen wir nun zu Punkt 3. Bestimmte Backend-Einstellungen werden gesperrt, wenn diese über die config.yaml definiert wurden. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wenn du zum Beispiel hier in deiner config.yaml den System-Administrator konfiguriert hast, dann wird diese Einstellung gesperrt, so dass jeder sofort weiß, diese Einstellung kann nicht über das Backend verändert werden, sondern wird über die Konfigurationsdatei erzeugt. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir auch wieder in einem eigenen Video. Den Link dazu findest du unterhalb dieses Videos. Kommen wir nun zu Punkt 4. Und zwar wurde auf der Kommandozeile ein neuer User-Command hinzugefügt. Und zwar kannst du mit diesem Kommando deine User auf der Kommandozeile erstellen und zwar mit contau-user-create. Mit contau-user-list kannst du deine User anzeigen und mit contau-user-password kannst du das Passwort deiner Benutzer direkt auf der Kommandozeile ändern. Kommen wir nun zu Punkt 5. Bei den Events gibt es nun die Möglichkeit, sogenannte Featured Events zu definieren. Du kennst das sicher bei den News. Und zwar gibt das hier jetzt bei den Events die Möglichkeit, diesen Event vorzuheben. So kannst du bestimmte Events auf einer eigenen Liste ausgeben, so wie du das auch bereits bei den News kennst. Das heißt, du aktivierst jetzt hier diesen Haken und ab sofort kannst du dieses Event in deiner Liste speziell aussteuern und anzeigen. Featuren Nummer 6. Ab sofort können bei den News und Events auch die Robots-Einstellungen frei definiert werden. Das heißt, wenn du jetzt hier bei den News oder Events bist, gibt es hier jetzt den Bereich Metadaten. Das kennen wir schon. Du kannst den Titel und die Beschreibung frei überschreiben, aber ab sofort kannst du auch diesen Robots-Tags frei definieren. Kommen wir nun zu Featuren Nummer 7. Ab sofort gibt es bei den Formularen einen CSV-Excel-Export. Das heißt, neben dem Standard CSV-Export gibt es nun auch ein CSV-Export, der perfekt von Excel gelesen werden kann. Featuren Nummer 8. Und zwar wurde der TinyMC aktualisiert und liegt ab sofort in der Version 5 vor. Wie du siehst hier im Backend, große Änderungen hat es nicht. Minimal wurden die Icons angepasst. Ansonsten die Menüpunkte sind zum größten Teil die gleichen. Du siehst also hier nur minimale Anpassungen. Ein normaler User wird es wahrscheinlich gar nicht feststellen. Allerdings sollte man schon wissen, dass sich mit der Version 4.10 der TinyMC auf die Version 5 aktualisiert hat. Kommen wir zu Featuren Nummer 9. Ab sofort kannst du bei den Modulen auch nach einer ID suchen. Dazu gehst du einfach in die Frontend-Module und hast hier jetzt unter Suchen einen neuen Eintrag und zwar nach dem Typ ID. Das heißt, wenn ich jetzt dann nach der ID 10 suchen will, dann habe ich diese eben sofort gefunden. Kommen wir zu Featuren Nummer 10. Und zwar gibt es ab sofort neue Insert Tags, um das Datum zu konvertieren. Dazu habe ich dir jetzt ein paar Beispiele vorbereitet. Und zwar gibt es einmal nun die Möglichkeit mit Format Date, Timespam und Format. Zum Beispiel ein Datumsformat aus der Datenbank in ein bestimmtes Zielformat zu konvertieren. Das heißt, du verwendest hier jetzt diesen Insert Tag und dieses Datum. Das Datum kann natürlich auch aus der Datenbank oder dynamisch sein und du erzeugst diese Ausgabe. Das macht eben dann Sinn, wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Format hast und das soll eben anders sein, wie du es bei Contao direkt eingestellt hast. Mit dem Convert Date kannst du ein Quellformat in ein Zielformat konvertieren. Das heißt, wenn wir hier dieses Datum haben und wir wollen das in dieses Datum bringen, dann können wir das Ganze eben hier genauso angeben, wie das Quellformat ist, geben dann unser gewünschtes Zielformat an und haben dann als Ergebnis eben unser gewünschtes Zielformat. Kommen wir nun zu Featuren Nummer 11. Und zwar wurden die Simple Tokens um die Simple Expression Language von Symfony ergänzt. Wie funktioniert das Ganze? Dazu habe ich ein ganz einfaches Formular vorbereitet mit eben einer Auswahl von vier verschiedenen Optionen und ich möchte jetzt bestimmen, wer der Hersteller des Geräts ist. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel das Galaxy A angewählt, klicke dann auf Nachricht senden. Ich habe das Formular abgesendet und wenn ich hier jetzt eben schaue, dann sollte eben jetzt herausgefunden werden, dass das Galaxy eben ein Samsung Gerät ist. Und um das Ganze jetzt eben zu prüfen, lasse ich das jetzt nur in Datei schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt in meine Dateiverwaltung gehe und wir sehen uns hier das Ergebnis an, dann siehst du, wurde hier jetzt in die Datei geschrieben, Hersteller ist gleich Samsung. Natürlich ist das jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber so kannst du ab sofort eben Abfragen wesentlich einfacher gestalten, als das noch zuvor war. Kommen wir nun zu Featuren Nummer 12. Und zwar wurde die Suche von Contao optimiert. Zum einen wurde die Berechnung der Relevanz verändert. Das heißt, du solltest ab sofort bessere Ergebnisse bekommen, wenn du nach einem Begriff suchst. Außerdem wurde auch noch die Performance optimiert, sodass die Suche eben schneller und performanter stattfindet. Gerade bei der Wildcard-Suche soll die Performance bei vielen Datensätzen nun wesentlich höher sein. Ja, das waren jetzt 12 Features im Schnelldurchlauf. Natürlich hat sich noch einiges mehr in Contao getan. Zum Beispiel wurden die ganzen Fehlerkorrekturen hier nicht erwähnt. Außerdem habe ich auch hier kein Feature für Entwickler erwähnt. Wenn du die komplette Liste sehen willst, dann geh einfach in das ChangeLog von Contao. Und wie du hier siehst, gibt es hier eine zahlreiche Änderungen an Fixes und eben auch an neuen Features. Und da kannst du dir ganz genau durchlesen, was es eben für neue Funktionen gibt. Eine sehr spannende Option für Entwickler ist zum Beispiel das Image Studio. Auch hier wieder ein sehr umfangreiches Features, das gerade Entwickler sehr freuen wird. Die vorgestellten Features und eben noch vieles mehr steht dir dann mit Contao 4.10 zur Verfügung. Und ich wünsche dir schon jetzt viel Spaß mit den neuen Features und bei der Verwendung von Contao.